Video-Daves, nebendran die Gamescom und Supertalent. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wo gehen wir hin? Wenn ihr es mit so folgt... Eins, zwei oder drei. Chino! Wow! Yo, guten Morgen, liebe Freunde. Und zwar hier, ich melde mich aus dem Auto hier losgefahren Richtung Köln. Ja, mal wieder Richtung Köln. Und das auch nicht spontan? Kaum. Äh, Taro sagt wieviel? 23 Grad. Ja, genau. Nein Freunde, wir haben 5.50 Uhr jetzt genau grad. Ähm, wir sind jetzt auf dem Weg nach Köln in die Langsess-Arener. Heute Video-Daves. Nebendran die Gamescom und Supertalent. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wo gehen wir hin? Wenn ihr es mit so folgt... Eins, zwei oder drei. Oder alles drei oder zwei oder eins oder fünf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht mach ich ein extra Video nur mit dem jetzt. Wer weiß. Ne, natürlich nicht. Ich hab sie gelockt, bin wegen VIP-Karten auf Video-Days. Ja, sie ist wieder wach. Tamara hat eine Stunde Schlaf, die musste arbeiten gestern. Ja. Aber wie wir ja alle wissen, nur die harte Kommunikation. Also. Ich glaub, die Tamara muss sich später noch ins Auto legen, um zu schlafen, wenn ich dann hier auf der VIP-Party rumtoll. Ja, ja. Mir grad egal. Bleib zehn Stunden dort. Ich schlaf zehn Stunden. Ich hab extra im Mittelpunkt Geld mitgenommen, das wir falls mal ein Hotelzimmer brauchen, um ein Hotel bezahlen können. Äh, die Kacke. Hast du deinen Ausweis? Ich glaub ja. Was machst du? Was machst du? Ich weiß ich auch nicht. Freunde, bis nachher wir melden uns von der Autofahrt zurück. So Freunde, ihr seht richtig. Hier ist Sonnenaufgang und wir sind Richtung Köln oder Exier. Jo Freunde, und zwar wir sind ja an der Laststelle angekommen und zwar ich hab hier grad Verpflegung gekauft für 20 Euro. So, Zigaretten, Brötchen, Cola, Salami, Tamara ist gerade mal wieder auf dem Klo, wie immer. So drüber schläft einer. Wo ist denn hier? Da liegt einer. Ich weiß. Sag ihm doch Hallo. Nein, ich bin schüchtern. Das erste, was ich gemacht habe, habe ich schon geguckt, ob in dieser Schaden was drin ist und du machst auch. So, Freunde, wir sind spät dran, wir müssen weiter. Möchtest du noch einen Kaffee? Nein. Gamescom, starker Verkehr geschlossen. Weiter auf Vorplanener Straße, danach erreichen sie das Ziel. Das ist das? Das Ding da? Ja, glaub schon. So, Freunde, wir sind angekommen hier direkt aus dem Parkhaus raus und sehen hier die Schlange. Um 10 Uhr geht's los. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch eine Karte besorgt bekommen. So, Freunde, wir sind hier an der Lanzes Arena. Wir haben jetzt zwei Tickets besorgt für 35 Euro. Unser Presseticket steht noch in den Sternen, obwohl es uns versprochen wurde. Also läuft bei uns. Jetzt kommt Klaus und läuft bei dir. So, jetzt müssen wir an einem Pressestand weiterkommen. Dieser Typ ja nicht. So. Wenn der jetzt rumschreit und macht, dann lauf ich weg. Ich bin zwar in Köln, aber trotzdem. So. Video-Days, Freunde. So. Wir suchen einen Presseausgabestand, wo es die Pressetickets gibt. Da treffen wir uns nämlich. So, dahinten müssen wir auf jeden Fall nach einem Festival, gell? Wo? Ja, dahinten. An einem Stand. Und? Ich hab doch gerade ein Video gemacht. Nee, ich würde aber ein Bild machen. Und ich guck's uns sogar aus, Mann. Ach so, ja. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020